Messen, verbessern, messen, verbessern als ewiger Kreislauf, aber auch die Frage, wie du das Thema konkret angehst. Genau, das Thema Messbarkeit ist mir eben auch sehr wichtig und ich als Forscherin in der Sozialpsychologie und positiven Psychologie, ich liebe ja empirisch fundierte Messinstrumente, am liebsten welche, die schon tausendmal repliziert wurden, nur mit den besten Auswertungen bei allen Gütekriterien, also hohe Objektivität, beste Reliabilitätswerte und so weiter und deswegen ist es natürlich auch ein ganz individuelles Herantasten und das hat schon angefangen beim Diversity Check zu sehen, okay, welche Punkte oder welche Dimensionen sind bei uns vielleicht schon besser ausgeprägt und welche haben noch höhere Potenzial oder höheres Entwicklungsbedarf und da auch wirklich anzusetzen, die zu nehmen, daraus zu versuchen, das in Fragen zu verpacken, aber auch da, die Fragen habe ich mir nicht einfach so, suche ich mir nicht einfach so aus, sondern auch da arbeite ich jetzt ganz stark mit der Diversity Company noch zusammen, weil es mir einfach auch wichtig ist, da einen Experten an der Hand zu haben, der sich die Zeit nimmt, auch zu gucken und Noah, da kannst du mich auch gerne ergänzen, wo oder wie machen es andere, was sind wissenschaftlich fundierte, bereits auch eingesetzte Messinstrumente international, die auch für uns angewendet werden können oder auch bei uns Einsatz finden und trotzdem aber auch unter Berücksichtigung der Diversity, die Dimension, die wir hier natürlich noch etablieren wollen am Institut, wo wir dann später sehen wollen, okay, zu der Dimension Religion, Herkunft und und und, einfach abzufragen, okay, wie ist die Awareness, wie fühlst du dich abgeholt zu dem Thema? Bist du dir dessen bewusst zum Beispiel? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das auch abzufragen und dann natürlich auch über die Jahre vergleichbar zu machen, wie geht es denn der Belegschaft? Ich meine, natürlich, die Belegschaft verändert sich mit den Jahren, bleibt im Wesentlichen, sagen wir mal, Gauschke, Glockenkurve, gleich, so haben wir natürlich schon eine gute Vergleichbarkeit als Basis. Gauschke, Glockenkurve, gleich, 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 Glockenkurve. Ich bin ja das auch, Glockenkurve, regresone, wir sind ja aus dem ersten Mal in der Ereignisse, bis dann deine Belegschaft bleibchen, ganz vielen, vielen Dank, gellig, allen, vielen Dank.